Servus zusammen, hier zu einer neuen Folge der SHOT Show nach Besprechung 2022 auf Kuma Tactical. Wenn euch interessiert, warum ihr nicht auf der SHOT Show wart, schaut das erste Video an. Wenn ihr euch für Repetierer und Kurzwaffen interessiert, ebenfalls erstes Video. Und im zweiten Video ging es dann um das Thema Optiken und Optronik. Jetzt hier im dritten Teil schauen wir uns mal das Zubehör und die Munition an, was sich da getan hat. Es ist unheimlich viel passiert, deswegen habe ich mich mal auf einige wenige Punkte beschränkt, gerade auf zwei Firmen, die ein bisschen eskaliert sind und auf zwei neue gehypte Kaliber. Fangen wir an mit der Firma Magpul. Magpul hat schon vor der SHOT Show angefangen tonnenweise Sachen anzukündigen und insgesamt haben die tonnenweise neue Produkte eben rausgebracht. Wenn wir die Textil mit rein als neue T-Shirt oder sowas sind wir bei fast 30 neuen Produkten, aber wir schauen uns mal ganz kurz ein bisschen die Hardware an, also die Produkte, die Magpul selber auch als Neuheiten vorgestellt hat. Wir haben ja den Moe SLM Carbine Stock Millspack. Ist eine verkürzte Variante des Moe SL Schaftes, der auf Anfrage der US Army gefertigt worden ist. Also der ist etwas kürzer gehalten, hat aber ansonsten genau dieselben Features. Und das Interessante ist, der ist Teil des NGSW-Projekts. Also der ist an der MCX Beer zum Beispiel verbaut und wird wahrscheinlich deswegen auch ein sehr verbreiteter Schaft werden, weil er einfach schon mal an der neuen Waffe der US Army eben mit angebracht ist. Als nächstes haben wir eben die von den Techers, Techers, also Techers in Fancy ausgesprochen, Gun Belts, haben wir zwei neue Modelle. Ja, ist genauso wie die Darker Taschen, der neue riesengroße Darker Kanister, die Light Pouches und die neuen Flight Gloves 2.0. Alles interessant, aber will ich mich im Video nicht so herum beschäftigen. Es gibt ein paar Produkte, die ich wirklich sehr interessant finde. Da haben wir vor allem eben für mich den Magpul SL Stock für HK94 beziehungsweise SP5, MP5. Das ist ein Teleskopschaft, ein Polymer Teleskopschaft für eben zum Beispiel eine MP5. Und da ist das Besondere, wenn man sich bis jetzt einen Schubschafter gekauft hat, ist man im Bereich von 300, 360 Euro irgendwo gewesen, wenn man überhaupt einen gekriegt hat, weil die Dinger wirklich relativ rar sind. Will man das immer noch klunkorrekt haben, also sagen, man will halt wirklich da genau das von Heckler & Koch haben, ja, dann bleibt da nichts anderes übrig. Wenn man einfach nur die Möglichkeit haben wollte, hier einen Schubschafter zu haben, also so im MP5-Style, hat man jetzt hier die Möglichkeit. Der wird in den USA 160 Dollar kosten, also gehen wir mal von aus, 180, 190 Euro in Deutschland. Etwas für fast die Hälfte von dem zu kriegen, was man bis jetzt dafür zahlen hätte müssen. Das zweite Produkt, was ich wirklich persönlich sehr, sehr interessant finde, ist das Moby Pod. Jetzt werden die sagen, ja, die haben halt noch ein Zweibein rausgebracht. Das bisherige Magpul Zweibein ist ein bisschen ein Hybrid gewesen zwischen dem Harris und dem Atlas. Also es hat mehr Stabilität, hat eine Rastfunktion und ist ein bisschen modularer aufgebaut als das Harris, ist aber nicht so schwer und so teuer wie das Atlas. Wobei das Atlas jetzt auch nicht wohl unheimlich schwer ist, also nur um hier Verhältnisse zu schaffen. Aber keins von den beiden Zweibein konnte man damit hundertprozentig ersetzen, weiß zum Beispiel wesentlich mehr von der Waffeabstand als zum Beispiel in Harris. Und das Moby Pod ist eben genau für diesen Anwendungszweck gedacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier wirklich einen Killer für Harris' Zweibeine. Es lässt sich genauso schnell aufklappen. Man kann hier auch diesen Lifehack machen, dass man dazwischen ein Seil spannt, dass man mit einem Zug am Seil beide Beine aufklappt. Aber es rastet ein. Es hat keine außenliegenden Federn, was für mich immer ein Riesenproblem mit Harris war, weil das ein absolute Gebüsch, Dreck und sonst was Sammler. Und es ist deutlich leichter und liegt wirklich eng an der Waffe dran. Wird direkt an den Slings Reefel Stud angeschraubt, also eben nicht auch wie das Harris. Also wenn man das an der A15 packen möchte oder sowas mit Dreh braucht man einen Adapter. Aber ich sehe hier wirklich ein absolut konkurrenzfähiges Produkt. Außerdem ist es preislich eher im Bereich von Harris als von teureren Produkten. Ja, wir haben dann halt auch ein Ejection-Port-Cover von Magpul. Also wenn man seine ganze Waffe Magpul-mäßig aufrüsten wollte, ja, jetzt kann man auch sein Dust-Cover mit Magpul ausrüsten. Wir haben einen Magazin-Adapter beziehungsweise Magazinschacht für die Ruger American Rifle, dass wir eben AR-10-Magazine bzw. AR-15-Magazine verwenden können. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ist aber vor allem halt im US-Markt sehr interessant. Weiß nicht, ob das in Deutschland hier großartig Leute gibt, die sagen, ich habe darauf gewartet. Wenn ihr das anders seht, schreibt uns in unsere Kommentare, wenn ihr sagt, boah, auf das Produkt habe ich schon lange gewartet. Ansonsten haben wir von dem Remington 700 Chassis, also dem Pro-Chassis von Magpul, haben wir jetzt eine Light-Version. Die ist mit dem Magpul Lightstock, also PAS Lightstock ausgestattet und deswegen deutlich leichter und eine ganze Ecke günstiger als der bisherige PAS-Stock. Also der POS Air Pro-Stock. Finde ich eine interessante Entwicklung, weil, sagen wir mal so, der kostet jetzt momentan 590 Dollar in den USA, also würde halt in Deutschland so im Bereich 600-700 Euro liegen. Ist eine ziemliche Ansage, weil die meisten ordentlichen Chassis sind da weit drüber. Also wenn man sich anschaut von MDT, die Chassis, wenn man sich da eins zusammenstellt, ist man meistens eher im Bereich von einem Tausender oder mehr. Das Magpul Pro-Chassis ist auch in einem ähnlichen Segment gewesen. Also wir haben hier einfach nochmal eine günstigere Alternative, so wie es zum Beispiel MDT auch mit ihrer Oryx-Line gemacht hat. Also Oryx bei MDT ist ja eigentlich auch eine Polymer-Variante der MDT-Chassis, die deutlich günstiger und auch etwas leichter ist. Das wahrscheinlich aber interessanteste Produkt von Magpul dieses Jahr ist natürlich die faltbare Pistole, also die FDP bzw. FDC. Darüber haben wir schon im Bereich Kurzwaffen geredet. Deswegen möchte ich jetzt auf ein eher fancy Studienprojekt von Magpul eben hinauslaufen. Die haben mit Mastec zusammen ein AR-15-Upgrade-Modernisierungs-Bla entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was man final davon halten soll, aber es ist durchaus interessant und durchaus sollte man das mal ein bisschen beobachten. Das ist ein System, mit dem ich meine AR-15 zum Future Warrior umbaue. Wir haben hier einen Triggerguard bzw. Pistolengriff mit Triggerguard. Wenn ich den AR-15 verbaue und die neuen P-Max, die dazugehören, verwende, kann ich meinen Munitionsstatus zählen, sodass mir einmal angezeigt wird, wie viel Munition habe ich noch im Magazin und zum anderen, zum Beispiel für die Lebensdauer der Waffe im Griff eben auch getrackt wird, wie viele Schuss hat die Waffe insgesamt schon durch oder wie viel seit der letzten Wartung oder sowas im Dreh. Man kann das also hier ein bisschen mit dem Kilometerzähler im Auto sehen. Man kann hier ein bisschen mehr einschätzen, was macht man mit seiner Waffe wirklich, wie viel Belastung hat sie wirklich ausgelaufen, ist sie jetzt wirklich 500 Schuss ohne Steuerung gelaufen oder waren es nur 470? Also man kann hier ein bisschen weg von Schätzbergen gehen und geht ein bisschen mehr in den Bereich, dass man das wirklich überprüfen kann. Ob das jetzt wirklich eine Revolution auslesen wird, da bin ich eher ein bisschen skeptisch bei. Ich sage mal, es wird wahrscheinlich nicht billig werden und es ist halt auch eine Elektronik zusätzlich in der Waffe, sorgt meistens auch für eine zusätzliche Fehlerquelle. Beim Thema Elektronik haben wir auch gleich noch hier ein System mit in der Waffe drin. Genau, das ENVG 3 Fusion Google System. Das ist im Prinzip eine Montage für ein LPVO, wo ich mein LPVO reinschiebe und mit dem LPVO durch ein Display durchschaue. Also ich kann ein LPVO jedes nutzen, was ich möchte, also ein Vortex Racer mit dem Bender Dual CC oder sowas im Dreh und kann das da einfach reinbauen und kann das dann verwenden, um mir hier Sachen wie ein Head-Ups-Display in mein Absehen reinblenden zu lassen. Da kann ich zum Beispiel dann Laser-Entfernungsmesser mit reinmachen, der Arm-O-Count kann damit angezeigt werden. Es ist hier noch nicht so hundertprozentig klar, ob bei diesem kompletten X4-System, ob das in einem kompletten Batzen kommt, also dass man sagt, also man kauft hier für mehrere tausend Euro wahrscheinlich ein Komplettpaket oder ob man sich das modular zusammenstellen kann mit den Sachen, die man wirklich möchte. Es bleibt auch abzuwarten, ob sich das wirklich durchsetzen wird, weil man weiß, die Armeen der Welt wollen sowas schon immer haben und immer mehr haben. Ich persönlich sehe jetzt noch nicht so den krassen Vorteil, dass ich sage, brauche ich unbedingt. Ich muss zum Beispiel sagen, ich würde es mir auch nicht in eine Waffe ranbauen, aber ich würde es unheimlich gern ausprobieren. Wenn wir uns mal die Firma Strike Industries anschauen. Strike Industries hat sich in den letzten Jahren zu einem Unternehmen entwickelt, das sehr konkurrenzfähig ist im Bereich Zubehör. Die haben so ein bisschen den Beruf, eher so fancy Designs zu machen, eher ein bisschen verspoilert, eher ein bisschen, ich sage mal, mit interessanten Fräsungen, stylischen Fräsungen, besonderen Farben. Also es gibt viele Anbauteile, von denen auch zum Beispiel ein Knallrot. Und die haben dieses Jahr auch einige neue Produkte eben rausgebracht, von denen ich ein paar hier eben erwähnen möchte. Zum einen haben sie jetzt eben von ihren Vorderschaften für die Benelle M4 auch eine Variante rausgebracht, an die an die Benelle M2 ranpasst. Ist generell eine coole Sache, weil für halbautomatische Schrotflinten gibt es sehr wenig Zubehör. Finde ich immer gut, wenn sich das hier ein bisschen erweitert. Ebenfalls interessant ist, für Ruger 1022 haben wir hier ein Carbine-Kit, was aus meiner Sicht sehr, sehr fancy ausschaut. Also normalerweise ist mir Strike Industries selber immer ein bisschen Zug abgespaced. Das System hat mir jetzt optisch sehr gut gefallen, ist auch von der Ergonomie sehr durchdacht. Deswegen, ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, das eben auch mit ins Sortiment aufzunehmen. Besonders interessant finde ich aber auch immer, wenn, dass sich jetzt immer mehr Hersteller dazu entschließen, sich auf die Besonderheit der SIGSAUER P320 eben einzuschießen, kann man eben sagen. Wer es nicht weiß, bei der SIGSAUER P320 gibt es eine wirkliche Besonderheit, die waffenrechtlich sehr interessant ist. Sowohl für die USA, aber auch hier in Deutschland ist es wirklich ein unique selling point, den man bei keiner anderen Waffe bisher hat. Wir haben ein kleines Gehäuse um die Abzugseinheit herum, auf dem steht die Seriennummer und auf denen kommen dann auch die Beschusszeichen. Das heißt, das Griffstück, das Eigentliche, ist dann kein waffenrelevanter Teil mehr. Also es ist in den USA kein sogenanntes führendes Teil und in Deutschland ist es kein EWB-Teil. Heißt, das Griffstück kann ich lustig hin- und hertauschen, also ich tue einen Zerlegehebel eben, also einen Schlitten abnehmen, Zerlegehebel ausnehmen, kann das Triggerhousing, ich nenne es mal so, aus dem Griffstück herausnehmen und kann es in ein anderes Griffstück reinsetzen. Gedacht ist es eigentlich, dass ich zum Beispiel hier verschiedene Griffstücke eben mir zusammenbauen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf dem Range, hätte ich gerne ein schwarzes und wenn ich jagen gehe, hätte ich gerne sandfarbenes oder wenn ich es verdeckt trage, hätte ich gerne ein kürzeres. Und ich hätte jetzt hier gerne das mit der vollen Länge Picantini-Schiene und das nächste Mal hätte ich gerne eins mit gar keiner Picantini-Schiene. Das ist eigentlich das Grundgedanke dahinter, aber es sind schon einige Hersteller drauf aufgesprungen und bauen hier spezielles Zubehör dafür. Teilweise eben Aftermarket-Griffstücke, die irgendwas besser oder anders machen, aber auch im Prinzip richtige Carbine-Kits. Hat zum Beispiel so zum Beispiel schon die B&T AG aus der Schweiz gemacht. Die haben eben hier ihr USB-Kit im Prinzip extra für die 320 noch mal rausgebracht, aber auch Strike Industries hat jetzt hier ihr eigenes System rausgebracht. Das sind verschiedene Ausbaustufen, kommt von Schlicht. Wir haben jetzt hinten die Möglichkeit, Schäfte in der Art von der Six Sauer MCX oder MPX eben anzubringen, also mit dieser vertikalen Picantini-Schiene am Ende. Wo man sagt, also das ist einfach hier slick und ich habe einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten zu hin. Ich habe 25 Raids an dem Ding dran und das Ding schaut aus wie, keine Ahnung, ein Bolter aus Warhammer. Also kann man hier wirklich sich total austoben. Finde ich eine schöne Entwicklung, weil ich habe schon immer mal die Hoffnung gehegt, dass mehr Hersteller auf diesen Zug aufspringen mit diesem Triggerhousing, weil ich das eine sehr schöne Möglichkeit finde, eben hier auch im Gesetzes Einschränkungen zu umgehen, ohne irgendwelche rechtlichen Spitzfindigkeiten. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel ein 320-Griffstück kann man auch als Endkunde einfach stippeln, wenn man möchte, weil es ist nicht waffenrelevant. Das ist wie eine Griffschale. Finde ich eine super coole Entwicklung. Wenn wir gerade noch beim Thema Six Sauer Schäften waren, die haben jetzt auch eine Neunschaft rausgebracht, eben für diese Six Sauer Aufnahme, der der erste seiner Art ist, der sich zu beiden Seiten hin anklappen lässt. Also wir haben da oben drauf zwei Druckknöpfe. Wir können, wenn wir rechts drücken, können wir den Schaft auf die rechte Seite anlegen. Wenn wir links drücken, können wir ihn auf die linke Seite anlegen. Bietet vielleicht ein bisschen mehr Variationen. Es ist die Frage, wie sehr das jetzt mit allen möglichen Waffen auch kompatibel ist. Aber ich finde es eine ganz lustige Entwicklung. Das war es aber jetzt hier auch mit dem Thema Zubehör. Wir schauen uns jetzt mal das Thema Kaliber an. Und das erste Kaliber, über das ich mehr sprechen möchte, ist das jetzt momentan sehr heiß diskutierte 30 Super Carry. Das ist ein neues Kaliber aus dem Hause Federal, das eben entwickelt worden ist, um eine Alternative zur 9mm x 19 beziehungsweise 9mm Luger zu sein. Wie der Name schon sagt, vor allem fürs Carry, also fürs verdeckte Tragen, für das Mitführen einer Waffe. Der Gedanke ist, mit modernen mathematischen Möglichkeiten und mit modernen technischen Möglichkeiten das Verhalten von Geschoss zu Hülse so weit aufeinander anzupassen. Also wie viel Gewicht fliegt vorne raus und wie viel Treibladung kann ich tragen. So kann es mal einfach runterbrechen. Dass wir im Endeffekt auf eine ähnliche Energiewert, auf eine ähnliche Umsetzung wie bei einer 9x19 kommen, aber das Ganze in einem kleineren Package haben. Warum ist das so? Es gibt zwei Gründe dafür. Entweder wir kriegen in eine Standard-Glock einfach mal zwei bis drei Schuss mehr rein. Also man könnte sich vorstellen, wenn wir jetzt eine Glock 17 haben, hätten die aber einen 30 Super Carry. Könnten wir jetzt einfach sagen, wir haben standardmäßig statt 17 Schuss Magazine 19 Schuss Magazine, die immer noch mit dem Griffstück unten bündig aufhören. Die, ich sage mal, interessantere Möglichkeit ist natürlich aber auch, dass man sagt, man baut die Pistolen oder beziehungsweise die Waffen generell etwas kleiner, etwas schlanker. Also es könnte eben sein, dass wir hier sagen, wir hätten beispielsweise eine Waffe von der Größe von der Glock 43, die aber nochmal etwas kleiner gehalten werden kann, etwas schlanker gehalten werden kann, weil die Patronen einfach kleiner sie gehalten sind. Jetzt muss man sagen, ich bin der Sache aus mehreren Gründen ein bisschen skeptisch gegenüber nicht, weil ich nicht glaube, dass das Kaliber funktioniert, sondern ich sehe eher das Problem dahin mit dem, was der Markt bietet. Ich gehe mal davon aus, das Kaliber wird deutlich teurer sein als 9x19. Wie es immer ist, wenn neue Kaliber auf den Markt kommen, sie werden einfach teurer sein, bis es wirklich ein Massenprodukt ist. Das hat man bei vielen Sachen merkt, 6.5 Creedmoor war zum Beispiel eine Zeit lang doppelt bis dreifach so teuer von der 308. Mittlerweile ist es so 10 bis 20 Prozent über der 308. Aber es war mal eine Zeit wirklich, wirklich schweineteuer. Deswegen muss man hier wirklich sagen, das ist mal so der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich sage mal, das kann man vergleichen mit WhatsApp, YouTube und ähnlichen Geschichten. Es gibt Alternativen dazu in der Theorie, die aber keiner nutzt und da sie keiner nutzt, sind sie nicht relevant. Und es ist ja auch hier so die Geschichte, 9x19 ist so verbreitet, es gibt dafür zig Hersteller. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mir eine 30 Super Carry zulegen, habe ich momentan zwei Hersteller, die eine Waffe dafür herstellen oder drei Hersteller. Bleibt mal abzuwarten, ob sich das wirklich in der Industrie so einfügen kann, dass das wirklich mehr Hersteller hier mit auf den Zug aufspringen. Rein von den Werten, es ist in jedem Punkt gleich oder besser als 9x19. Das muss man tatsächlich sagen. Es hat eine etwas höhere Penetrationswirkung. Aber ansonsten eigentlich insgesamt ein gutes Kaliber. Ich sehe ja wirklich das große Problem dahin, dass man einfach sagt, gegen ein etabliertes System, das nur in bestimmten Bereichen marginal schlechter ist, anzustecken, wird schwer. Das hat man immer wieder gesehen, dass diese großen Heilbringer sich nie wirklich durchgesetzt haben. Das zweite Kaliber, das ich hier eben vorstellen möchte, ist das 8.6 Blackout. Das ist im Prinzip eine Zusammenarbeit aus drei Firmen. Wir haben hier einmal maßgeblich die Firma Q mit am Start, also vor allem den Kevin davon, der bekannt ist vor allem für die Entwicklung der Honey Badger oder der Fix. Und der hat dieses Kaliber maßgeblich mit entwickelt, hat aber zum Beispiel auch jetzt hier Hornady und Faxon mit am Boot gehabt. Und im Bereich Testung wurde zum Beispiel auch Novesc. Im Bereich von der Produkttestung wurden eben hier auch Novesc-Waffen eben mitverwendet. Also es ist eben hier schon interessant, dass mehrere Firmen sich da mit dran beteiligt haben. Mit Kevin, muss man auch sagen, ist wirklich eine Legende der Szene hier mit dran. Aber was ist das Kaliber 8.6 Blackout? Eigentlich im Prinzip, wenn man sich ein bisschen mit Munition auskennt, erklärt eigentlich der Name Blackout schon, was es macht. Also nicht wortwörtlich, aber man kann sich das eben halt umdenken. Die 300 Blackout ist eine Möglichkeit, ein 30er Projektil aus einer Waffe zu verschießen, die eigentlich für 5,6 Millimeter, also 2,23er Geschosse ausgelegt ist. Natürlich brauchen wir dafür einen anderen Lauf, aber sonst kann eigentlich alles gleich bleiben. Wir haben denselben Stoßboden, können also denselben Verschluss verwenden und wir können dieselben Magazine verwenden. Bei 300 Blackout mit ein paar kleinen Einschränkungen, wenn man schwere Geschosse verwendet, haben manche Magaziner damit Probleme, aber nicht alle. Die 300 Blackout bringt also vor allem im Subsonic-Bereich, also wenn wir das Ganze eben runterlaborieren auf Unterscheidgeschwindigkeit, sehr viel Energie ins Ziel und tut dadurch die langsame Geschwindigkeit des Geschosses durch mehr Masse eben ausgleichen. Und im Supersonic-Bereich bringt es einfach mehr Masse ins Ziel und mehr Energie. Das hat im Bereich der Waffe, also von der Waffe selber keinen einzigen Nachteil, weil wir ja dieselbe äußere Struktur der Waffe haben. Also die Waffe wird nicht schwerer, die Waffe wird nicht klobiger oder sowas im Dreh, sondern die Waffe ist genauso groß. Und wir haben eben hier eine Munition, die sich vor allem im Nahbereich sehr, sehr eignet, um zum Beispiel zu jagen. Das ist im USA, das ist 300 Blackout mittlerweile sehr beliebt bei der Schweinejagd oder halt auch bei der Rehjagd. Und es ist einfach ein sehr cooles Kaliber, dass viel Energie über kurze Distanz bringt. Im sportlichen Bereich ist 300 Blackout aber noch nie relevant gewesen, weil von fast allen sportlichen Aspekten, außer dass wir ein größeres Loch machen, ist 223 Framington deutlich besser und halt auch günstiger. Jetzt hat sich hier Q gedacht, wenn wir das mit 223 gemacht haben und den ganzen AR-15 Waffen teilen, können wir das doch bestimmt auch mit einer AR-10 machen und dem Kaliber 308 Winchester. Also so ist die 8,6 Millimeter Blackout eine Variante, ein 338er Geschoss in einer 30er, also 308er System zu verwenden. Auch wieder mit einem größeren Lauf und sonst bleibt eigentlich alles gleich. Jetzt sagen einige Leute, das hat doch Frederville auch schon mal gemacht mit der 338 Federal und hier kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der das Ganze wirklich interessant macht. Die 338 Federal ist für 24-Zoll-Läufe eben entwickelt worden, also die ist ein sehr auf dem Papier entstandenes Geschoss, weil, sind wir mal ehrlich, 24-Zoll-Läufe verwendet kaum einer außer Benchrest-Schützen und die benutzen keine solche Hybrid-Munition. Und die Dreillängen sorgen auch dafür, also die Dreillängen in diesen 338er-Läufen sorgen dafür, dass wir sehr schwere Geschosse, wie wir jetzt im Subsonic-Bereich wirklich verwenden, quasi nicht mehr ordentlich gewuppen werden. Bei 308 Subsonic ist es zum Beispiel schon einer der ganz großen Probleme, dass es zwar 308 Subsonic Munition gibt, aber es gibt fast keine passenden Läufe dazu, die mit den schweren Geschossen klarkommen und somit sind die ganzen 308 Subsonic Geschichten eigentlich irrelevant, weil man kann nicht einfach 308 Subsonic nehmen und das in irgendeine Waffe reinpacken, weil meistens wird dieses Geschoss nicht mehr ordentlich stabilisiert und man hat einen riesen Präzisionsverlust. Und genau hier setzt 8.6 Blackout eben an. Wir haben von vornherein die Läufe auf 12,5 Zoll hin optimiert, also die Munition ist auf 12,5 Zoll optimiert. Und wir haben sehr starke Drelle. Also hier in den Versuchsaufbauten wurden 1.3er-Drall und 1.5er-Drall verwendet. Das ist super krass. Also bei einer AR-15 gilt 1.7 als ein starker Drall. Ja, bei einer AR-10 war es eigentlich schon mit 1.9, 1.8 eine sehr gute Drallwirkung. Wir haben jetzt hier eine Drallwirkung, die ultra viel krass ist. Also wer es nicht weiß, also dieses 1.8 oder 1.3 hier heißt, eine Umdrehung, also der Drall macht eine Umdrehung auf hier 3 Zoll Länge vom Lauf. Das ist logisch. Auf 7 Zoll ist es natürlich eine längere Spirale und auf 10 Zoll ist es nochmal eine längere Spirale. Also kann man sich einfach ausrechnen, wenn ihr im Vergleich ein 1.10er-Drall zu einem 1.3er-Drall. Der 1.3er-Drall tut sich über dreimal auf der Strecke drehen, wo sich ein 1.10er-Drall einmal dreht. Deswegen, wie gesagt, das ist ein sehr interessantes Kaliber. Es soll ballistisch auch nicht so einen, ich sag mal, ballistischen Pissbogen machen wie die 3.38er Federal. Also es soll deutlich stabiler fliegen. Es soll auch auf 300 Yards mehr Energie ins Ziel bringen als eine 45-ACP direkt an der Mündung. Was ja heißt, es wäre jagdläutlich absolut brauchbar, weil wir haben dann auf jeden Fall auch eine E-100 von über 2000 Joule, schätze ich mal. Also es sollte eigentlich hinhauen. Es bleibt jetzt wirklich abzuwarten, wie es mit dem Kaliber weitergeht. Und genau dasselbe, was ich vorhin bei der Sertic Super Carry gesagt habe. Es muss sich im Markt erstmal etablieren. Es muss ein Hersteller gefunden werden, die die Waffen dafür bauen. Und ein Kaliber geht immer unter, wenn es keine passenden Waffen dafür gibt. Das war es aber hier mit dem Thema für dieses Video. Wenn euch noch andere Bereiche Munition oder wenn euch noch etwas anderes im Bereich Munition oder Zubehör aufgefallen ist, dann schreibt auch das unten in die Kommentare. Wenn ihr euch für das Thema Langwaffen, also Repetierwaffen und Kurzwaffen interessiert, schaut unser erstes Video an. Wenn ihr euch für Optiken interessiert, schaut das zweite Video dieser Serie. Und im nächsten Video geht es um das Thema Automaten. Also vor allem AR-15. Also wir freuen uns. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und wir sehen uns hier bei Kuma Tactical. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020